hallo hier ist der christoph von schlaus 58 und es gibt mal wieder ein unboxing und zwar habe ich ein päckchen geschickt bekommen habe auf youtube ein messer gekauft und da ist das gute stück ein endura mit vollwelle große klasse noch eins von der ersten generation als der clip noch in die griffschale integriert war hinein gegossen sehr schönes messer hier noch ein endura das mit wehfagen liegt toll in der hand gefällt mir sehr gut rasiermesser scharf mein lieber jolly klasse teil ja das wollte ich euch mal zeigen als endura mit vollwelle der ersten generation denn du habe ich danke euch fürs zusehen bis zum nächsten mal